Hallihallo ihr Zambi-Clownes, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2 Remake, wo wir jetzt das Ding einsetzen und dann endgültig wegkommen. Hoffe ich. Leon, du bist auch hier unten? Ja, aber hier stürzt gleich alles ein. Hör zu, du musst hier raus. Schnell! Ich weiß, kennen Weg raus. Ich denke, wir können es alle schaffen. Wo bist du jetzt? Claire, bist du noch da? Leon, die Verbindung bricht ab. Kümmer dich nicht um mich. Verschwinde von hier. Leon, Leon! Missed! Okay. Okay. Okay, das ist los. Ach komm Really? Das ist doch nicht mehr witzig. Was macht der? Oh my fucking goodness. Habe ich was zum Heilen? Oder habe ich das weggeballert? Ah nein. Scheiße. Kann der nicht einfach tot sein? Warum ist der jetzt schon wieder da? Hey, habe ich das nicht gerade reingesteckt? Ich röste das Ding schon mal am besten aus. Warum stirbst du nicht endlich? Eskalation hart. Hey, hey, hey. Okay. Zieht der überhaupt noch was? Also der William, da drinnen? Alter Schwede, hab ich grad eingesteckt. Scheiße. Oh, ich hab ja gar nicht kei-Face-Hemann. Sorry. Alter Schwede, nein. Wollt es fortsetzen. Scheiße, Alter. Ich stecke volle Kanon bei denen ein. Ich muss da echt aufpassen. Muss ich jetzt echt mal gucken. Ah, jetzt fängt er schon wieder an, gegen ihn zu verkacken. Nein, damit. Nein, überspringen. Nein, überspringen. Ich brauche mal irgendwas noch zum Heilen hier. Sieht echt schlecht aus. Ähm. Warum stürzt du nicht endlich? Oh boy. Ich bin, nein. Da, geht's. Ich habe nichts für. Ich bin, nein. Ich bin, nein. Ich bin, nein. Ich hab nur noch 90 Schuss mit der Minigun. Fuck. 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 Natürlich geht jetzt auch die Batterie von Controller leer. Was für ein Wunder. Ey. Ist er jetzt endlich tot? Gut. Jetzt hab ich schon wieder keine Munition mehr. Oh, Gott. Was ist das jetzt endgültig, bitte? Ich bin hier. 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 mal nachschauen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. krass. Ich bin hier. 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 Schwede. Diese Treffen müssen echt aufhören. Ich hoffe, du magst Kugeln. Ich hab noch viel mehr. Scheiße, wie kannst du noch leben? Der kommt nebenbei dir. Oh Gott. Oh Gott. Wie Chris immer sagt, wem keine Hand los. Da kannst du nix, wem keine Hand los. Ich brauch weniger. Mini-Gun-Munition. Mini-Gun-Munition. Das ist halt jetzt echt das Problem, ne? Ähm. Diese Treffen müssen echt aufhören. Ich hoffe, du magst Kugeln. Ich hab noch viel mehr. Scheiße! Ich weiß nicht. Oh Gott. Ich weiß nicht. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin da. 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 Und dann bin da. Ich bin da. Ey, sinnlos Ich weiß nicht, wie ich das machen soll Sinnlos Ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll Das ist doch kacke Ist das doch Das ist richtig kacke Jetzt wieder Ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll Kriktor ist auch leer Das kann ich nicht machen Das bringt mir nix Richtig sinnlos Ich kann diesen Typen nicht fighten Weil ich keine Munition weiter hab Das Spiel verarscht mich halt Grad wirklich Ach, leck mich Okay Ich hab's Der Knarre müsste es gehen Packen das mal A A A A Was ist das? Gefällt dir das? Schau, Arschloch! Gib mir deine Hand! Ich dachte, das Spiel will mich verarschen. Alter Schwede. Also, seid ihr zwei, ähm, zusammen? Nein. Wir sind... Wir kennen uns erst seit... Letzter Nacht. Ja. Es wäre aber ein krasses erstes Date gewesen. Ja, allerdings. Schaut! Meint ihr, der könnte uns mitnehmen? Wenn's nicht nur die Stadt ist? Schaff Sherry hier weg. Komm. Hey, das war Live Another Day von The Great... Der war ja freundlich. Also, ist das vorbei? Ich weiß nicht. Aber falls nicht, dann stoppen wir's. Was es auch kostet. Da kannst du Gift drauf nehmen. Solange wir zusammenhalten, packen wir das. Komm schon. Hey, ihr könnt mich adoptieren. Ach, adoptieren. Wir holen uns einen Welpen. Einen Welpen? Und einen Papagei. Papagei? Ich wollte immer Tiere, aber Mom sagte, das macht nur Dreck. Ja. Und als nächstes an diesem langweiligen Mittwoch kommt ein Song, der euch richtig einheizt. Ich hab's geschafft. Resident Evil durch. Auf jeden Fall. Sehr schön. Hab's geschafft. Hey. Ich dachte, das Spiel will mich verarschen. Ich kann doch nicht mit einem Revolver... Alter Schwede. Oh Gott. Boah, ey. Das war so krass, ne? Dankeschön fürs Zuschauen. Auf jeden Fall. Auch bei diesem wunderschönen Let's Play. Ihr seht nochmal alle wunderschönen Sachen jetzt hier durchgeblättert. Und ich verziehn mich jetzt hiermit. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Horror. Let's Play. Und damit beenden wir Resident Evil 2 Remake. Und ciao. Wow. These streets are pings with fantasies of what the other half can be. But now it's flying in the breeze. It's two sides to every story. Let your feet are the pain of the glory. Come, come. It all burns away. Come, come. But now it ain't go so wrong. And when it's all gone. Here we go. Okay. Have a great day. Bye. 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 Vielen Dank.